Super Beteiligung und wir sind zurück auf der Bahn. Es stehen die nächsten 800 Meter an und diesmal bei den Männern. Ja, das ist einer der starken Kenianer. Abraham Kiklagat kann auch eine 1,43 anbieten. Der Amerikaner Lionel Manzano kommt eher von den 1,500 Metern. Ja, Tim, interessanter junger Mann. Jackson Mumba Kibuva aus Kenia, erst 21 Jahre alt. Unter 1,44 in diesem Jahr. Das heißt also, der wird heute munter mitmischen im Konzert der Besten. Und das rechts ist ein ganz schneller Mann. Alfred Kira Jego, vergangenes Jahr hier an dieser Stelle. Der Vize-Weltmeister, der will hier eine persönliche Bestleistung laufen und die Vorzeichen stimmen ja. Denn gleich sehen wir noch einen ganz schnellen Mann. Das hier, das ist der dritte der Europameisterschaften. Adam Kschott aus Polen, der Bronze in Barcelona erlief. Die Spannung und die Stimmung steigert sich. Denn hier sehen wir Kiblagat Lalang aus Kenia. Aber interessanter wird der Nächste sein, der uns vorgestellt wird. Dieser Mann nämlich, der will hier heute Geschichte schreiben. David Rudisha, erst vier 800 Meter Läufer sind in der Geschichte unter 1,42 geblieben. Er könnte der Erste sein, der unter 1,41 bleibt. Der Weltjahresschnellste. Dieser Mann will unter 1,42. Und vielleicht sogar noch ein bisschen schneller. Ja, und er hier, er soll dafür sorgen, dass das klappt. Das ist nämlich Sami Tanguy, auch ein Kenianer. Der soll für die Pace, für die richtige Durchgangszeit hier sorgen. Also, die müssen schon unter 50 Sekunden angehen, die 400 Meter, damit das hier klappt. Und der David Rudisha hat sich, damit er sich an diese blaue Bahn gewöhnt, ein bisschen in Tübingen vorbereitet. Die haben dort auch eine blaue Bahn. Die letzten Tage hat er dort verbracht. Das macht er oft so, wenn er durch Europa tourt. Zuletzt war er vor einem Jahr hier. Da lieb es nicht so nach Plan im Halbfinale bei den Weltmeisterschaften raus. Und jetzt achten wir auf den Mann mit der 7, David Rudisha. Ganz innen übrigens auch ein Mann aus Deutschland mit dabei. Der deutsche Meister aus Braunschweig, Sören Ludolf. Der darf hier mitmischen, der darf hier lernen, der möchte seine persönliche Festleistung scheidern. Ja, und das hat er im letzten Jahr auch hier beim ISDAF geschafft. Also für den doch auch ein Ziel, dass es gilt, dass wir da mal ein Auge draufwerfen. Da sehen wir den deutschen Meister aus Braunschweig. So, wie geplant, vorne, das ist Semitangui, der Tempomacher. 49,5 sollten da stehen nach der ersten Runde, dann wäre alles nach Plan gelaufen. Ja, ist ordentlich Tempo drin vorne. Wichtig ist nur, dass das Feld da auch mithalten kann. Und wir sind jetzt mal gespannt, wo die Zwischenzeit stehen bleibt. 48,65, also richtig Tempo dabei. Das ist sogar ein bisschen zu schnell vielleicht. Jetzt bin ich mal gespannt, was der drauf hat. Der Kenianer, David Rudisha. Wenn der so läuft wie bisher, zum Beispiel wie in Heusten. Dann wackelt hier die Hütte, dann wackelt der Weltrekord. Das ist die One-Man-Show des Mannes aus Kenia. Ja, er ist der zweitschnellste 800 Meter aller Zeiten. Wird er jetzt vielleicht sogar der schnellste? Das wird ganz schwer. Wilson Kipketer hält den Weltrekord. Und Joachim Kruz, der Olympiasieger von 84, hält hier den Meeting-Rekord. Kann David Rudisha den knacken? Die magische Ziffern vorgelautet. 1,41,11. Jetzt erheben sich hier alle im Olympiastadion. 1,32, 1,33. Der Mann ist verflickt schnell. Das ist der Hammer. Das könnte er werden, der Weltrekord. Nur noch wenige Meter. Und er hat ihn! Er hat ihn! David Rudisha. Wenn hier nichts mehr korrigiert wird, dann haben wir hier den Weltrekord. 1,41,09. Auch er mit Maßarbeit. Donnerwetter mit Ansage. Der hat einen Fund drauf. Fast genau auf den Tag vor 13 Jahren. Rante Wilson Kipketer in Köln beim großen ASV-Meeting. Den bisherigen Weltrekord, der seit heute Geschichte ist. David Rudisha heißt der neue Weltrekordler. Über 800 Meter. Der Mann hat seine Leistungen systematisch gesteigert. Junioren-Weltmeister 2006 in Peking. Und jetzt, vier Jahre später, auf dem Olymp, der schnellste Mann auf den beiden Stadionrunden. David Rudisha aus Kenia. Ja, und da kann er sich sicher auch bedanken beim Tempomacher, denn das war Maßarbeit. Und die Zeit ist offiziell. 1,41,09 lautet die Siegerzeit. Und der neue Weltrekord für David Rudisha aus Kenia, der hier für einen mehr als stimmungsvollen Auftakt sorgt. Also, das kann noch ein ganz, ganz toller Leichtathletik-Nachmittag werden hier in Berlin. Also vorher hält man sich mit Prognosen ja mal dezent zurück. Aber alle haben es gemunkelt. Der will es probieren. Der hat es drauf und er hat es auch gemacht. Bis zum nächsten Mal.